so hallo und herzlich willkommen heute mal wieder zu einer runde armer dreiecks seil und wir befinden uns hier in valota dahinten ist doch gerade schon ein fresh spawn geflogen mit dem fallschirm ich höre da hinten oben auch schon einige schüsse ich glaube die gehen nicht mal hierhin und das landet doch jemand kann natürlich sein dass da oben irgendeine mission ist oder sich irgendwo bieten okay das hat sich mega nach heftigen beef an da schauen wir doch glatt mal hin und gucken uns mal an was das so geht ich habe gerade schon eine waffe gefunden da komme ich hier raus series da hinten ist natürlich jemand gespawnte hier ist mein valota ist natürlich mega gefährlich drüben rennt schon einer der der pistole den lass jetzt mal gerade in frieden wenn er nicht gerade rüber schießt ich mich interessiert eher was da oben los ist wenn ich dort hochkommen zwischenzeit nicht von irgendeinem anderen sniper abgefischt werde wollen auch wieder einmal drei live spielen auf dem usa live server da soll er mittlerweile richtig was los sein könnt ihr meine kommentare schreiben was ihr sonst so für live server gerade spielt oder ob ihr exiled zockt oder welchen server ihr auf exiled zockt würde mich interessieren so jetzt sind wir auf dem berg aber irgendwie höre ich nichts mehr gut jetzt noch acht minuten bis zum server start der wird sich dann wahrscheinlich jeder erst mal ein bisschen zurück lehnen ok oder auch nicht weil wenn du jetzt dein gier verlierst unter umständen kommst du nicht mehr mehr zu deiner leiche wollte ich eigentlich gerade sagen ich höre absolut nichts mehr hier ein npc ich habe auch schon geschaut eine mission ist ja nicht auch nicht in der nähe enemy bunker ok sind ärgerlich müssen wir vielleicht zurück nach pelota gehen gucken was da noch los ist kurz vor dem server restart ok und wo kommen die schüsse von dort drüben jetzt es bleibt irgendwo richtung walota oder ok jetzt wurde gerade ein capture point eingenommen aber fünf minuten server start somit viel spaß dass dann mafia high load mafia high load ok wo ist jetzt hier das gebief wird mich echt interessieren sonst schaue ich du das hat mich noch nicht gesehen jetzt hat er mich gesehen ok da spendet mir jetzt vielleicht ein bisschen ausrüstung ich wollte mich gerade sagen kommen da lasst uns noch mal nach pelota gehen und ein bisschen ausrüstung zusammen formen sonst noch irgendwo jemand wo ist jetzt die leiche hin bin ich jetzt blöd bin ich jetzt komplett ich glaube es nicht gut der hat den gillian aber dürfte nicht und die kill message habe ich doch auch bekommen oder gibt es einen neuen trick auslocken oder dass er dann sein quasi kurz vor dem restart sein sein gier behält oder bin ich jetzt blöd schreibt in die kommentare ob ich ob ihr den hier irgendwo noch seht oder ob das ein neuer trick ist in exile dass man dann irgendwie keine ahnung es gab es ja früher schon immer mal irgendwie so ein bug schnell auslocken und dann verschwinde die leiche aber ich habe doch den kill bekommen oder nicht ok oder ich bin halt komplett blind und habe mich durchs umschauen komplett verloren und weiß nicht mehr wo diese leiche hin ist also es wird mich jetzt auf jeden fall mal interessieren schreibt mir die kommentare wo der ist oder wo der war oder keine ahnung was jetzt gerade passiert ist gibt natürlich auch gerne daumen hoch wenn ihr mir einmal 3 sehen wollt ja und dann haben wir jetzt gleich service dann loggen wir mal aus sagen vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal